Tausende wollten mit dabei sein. Jetzt ist die Entscheidung gefallen. Es geht zur Derpcon nach Los Angeles Mitte November zu, Achtung, Five Seconds of Summer. Die Bewerbungen waren vielfältig. Getroffen hat es Jacqueline, vielleicht kann man das sehen. Die hat hier was gebastelt mit den Jungs von der Band, hat sich selber dazu geträumt sozusagen. Ein Traumwirt war und sie hat es getroffen und wir wollen sie überraschen. Sie wohnt hier in Albeck, das ist ein Stadtteil von Langenau und wir gucken mal, ob sie da ist. Auf geht's. Hier steht auch Manns. Hallo, Marc Karmann, Radio 7. Wer bist du? Jacqueline Manns. Hallo Jacqueline. Guck mal her, grüß dich. Hallo. Du bist wie alt? 13. Was machst du beruflich? Nichts, ich gehe zur Schule. Du gehst noch zur Schule. Das ist ein bisschen schwierig, denn wir würden dich einladen zur Derpcon nach Los Angeles zu Five Seconds of Summer. Echt jetzt? Ich weiß gar nicht, was sagen. Du brauchst gar nichts sagen. Du darfst dich freuen. Lass es raus. Guck her. Schatz, guten Glückwunsch. Danke. Oh, das ist die kleine Schwester. Du bist eine von ganz vielen Tausend Bewerbern. Das hat dich getroffen. Geil. Oh, Mensch. Jacqueline. Ich kann das gar nicht glauben. Doch, du musst es glauben. Also hier, schau, hier ist der Gutschein. Ja, meet and greet, trifft Five Seconds of Summer, Flug und Hotel nach Los Angeles. Geil. Wer begleitet dich? Meine Mutter. Okay, weißt du schon Bescheid? Nein, ich werde dir das gleich anrufen. Okay. Aber das geht mir auf alle Fälle hin, oder? Oh Gott, ist das geil. Ich glaube, die Jacqueline freut sich. Ja, ich glaube, die freut sich. Also, möchtest du denn gerne hinfliegen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden, jeden Fall.